Willkommen zurück zu Let's Play! Mal wie die Superstar Saga! Äh, ja, wir sind hier bei den zwei Pflanzen. Ähm, Blumensprache, Piranienpflanzen, Kitzlein, Kälfer, Nöten, denn... Dann spuckt er Wasser aus. Jao? Ich glaube, ich weiß es. Miau! Boing! Aaaaaah! Na toll. Da fängt's ja toll mit an! Gehen wir erstmal auf Kamek. Oh, Mario ist fast tot, das finde ich natürlich super. Oh mein Gott. Oh, der war fies. Der schmeißt auf Mario. Das ist nicht an der Drehrichtung. Ah, ich bin so gut heute. Bäm! Alles klar, und du frisst auch nochmal den. Da, da, da. Und der schmeißt wieder auf Luigi. Langweilig! Langweilig! Das kannst du doch besser! Bäm! Bäm! Platz, Brüder! Pipp, pipp! Fuck, ja! Bäm! Dipp, dipp, dipp! Gut. Toll, da müssen wir die andere ja auch noch bewässern. Bäm! Aber bevor wir das jetzt aktivieren... Hallen wir uns doch erst einmal! Pilzern! Pilzern! No, 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 Pilzern! Obwohl ich persönlich am Markt keine Pilze... ...stehe ich nicht so drauf. Ja! Die Türsern! Und Safebook, das ist natürlich jetzt... Lemmys Zimmer! Ludwigs Zimmer, oh mein Gott! Oh mein Gott! Mann, bist du hässlich, Alter! Ach, scheiß, die waren da. Der ist ja fies! Macht der immer das selbe, oder? Ne! Das ist schwer zu koordinieren! Ich feil hier rum, Mama! Ja! Ja! Geh mir deine schwule Locke, Lumpf! Ludwig, Mama! Na komm, wo bist du? Zeig deine hässliche Visage! Willst du nicht mehr spielen? Doch, will er! Geh mir deine schwule Locke, Lumpf! Ja! Ja! Das ist ja echt hässlich, Alter! Scheiß, die Phantan! Meine Fresse! Krusty, der Clown oder so, ey! Oh! Oh, fuck! Ich hereff lenkst du nicht. BAM! Das hab ich volleverkerk... Oh Gott! Ah, komm mal! Ja, er kommt noch mal. Fick, geht ihr selber. Verarschen kann ich mehr alleine. Alter, gleich platz, gleich platz in die Perücke, ey. Jawohl, Mama. Oh Gott. Oh, shit. Das hab ich verguckt. Aber auf höchstem Niveau. Kannst du da nicht mal studieren? Wenn du gehst, dann gehst du auf die Eier. Ludwig von Bowser riecht, oder was? BAM! Das war's für Ludwig. Oh. Ich erknirle dich, Alter, mein. Ich hab noch nie so ein hässliches Bowser-Fiech gesehen. Ohne Spaß. Hammerfeier, jump. Oder drüber, den und den und den noch. Geh dann weiter hier, yay. Fire! It's me, Mario. I can jump. Okay, I can jump. I can jump jetzt, ey. Wir gehen weiter hier durch die Tür. Woher bin ich jetzt gelandet? Bäm. Ein Glück, darauf kam ich gelandet. Ein Glück. Bäm. Oh Gott. Scheiß die Wand an. Ich glaube, wir haben ein Problem. Bäm. Mama. Oh, trotzdem. Mama. Mama. Bäm. 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 Okay, da steht er doch nicht. Das ist nicht so. Nein, er heilt dich auch nur. Okay. Dann heilt er sich halt. Leck mir doch die Nüsse. Du sollst hier nicht heilen. Hallo. Ich glaube, es geht los, Alter. Friss meinen Platsch, Bruder. Schlampe. Alter, deine Mutter ist ein Feuer reif. Sprung. Sprung. Ich will keine Brüderpunkte verschwenden. Aber ich glaube, ich verschwende. Okay, dann nicht. Dann nicht. Dann nicht. Dann nicht. 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 Ich habe nichts geglaubt. Bäm. 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 Welche Folge stoppten? Muss ich eigentlich sagen. Vich gut. Sehr gut. Kommt man da durch? Nie kommen wir hier durch. Oh. Der Jungs. B02 B03 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 B01 Nein! Das war's... ...ə... Oh, wē, der kopa nie Propagnie. Kot ... manck-Saldoern ich hab's ja das funktioniere ist vielleicht darüber springt dann sprich darüber ich hätte durch die müssen eigentlich mario verpasst mir noch eins weil ich so ich kann hier denn doch tatsächlich durchfiffen ich bin dumm ich bin dumm was mir noch eine danke so war die letzte alle guten dinge sind drei jetzt krabbelig einmal hier durch er kommt der komplett hier ja ja genau er hat eine arme anet anet hier ja natürlich Pekko jetzt muss er nicht jetzt können wir mit Mario hier durch Mini Messia Bep Bep Papp die Erheber weiter jetzt aber weiter jetzt können wir weiter juhu Pappke ach Mario nach vorne laufen die Kippen nach vorne als Schatz schädigen da sind Kiege sich verkraften Kieger was sind jetzt muss ich mich jetzt 3 das funktioniert so komme ich hier hoch Frage mehr das ist zu hoch und mit Mario Jürgen Jürgen B alle leitet bleibt 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 die Liedel Italien jetzt ist das in Italien ab Aah, ahh! Versteht ihr den? Oh Gott, oh Gott! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Ja, natürlich! AH, ich bin Super Mario King! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Was ist das hier? Das ist ein Mini Mario... Oh my gosh! Oh mein glücklichen Gott! Was ist denn das? Oh my god! ich will nicht sterben für einen gekonnten mario spieler ist das ja so uninteressant ja hier fast die fressen alle alle miteinander ich habe wieder zurück um meine frau sagt scheiße ich krieg die küsten gar nicht oder oh mein gott war das scheiße abend muss ich noch einmal machen nein ja vor allem sprung jawohl er hat die kohle die im 0 das ist immer der Nummer ja wer ist der King ihr Kleinschlampen ich bin so ein Versprung nein und klaus und raffelst kommen alle brauchen b als scheiße musik und auch noch komplett neu machen oder sind die ergerlichen ich hätte gewollt Jetzt ist aber Mario World 2 So, die beiden umhatte ich Dann gucken wir halt nochmal zum dritten Mal meine Mega-Mario-Wall-Skill-Dinger an so Yeah Wuh 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 Mach mich wieder korost, thank'e So, war da geht's Yay Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Fuck, komm ich so nicht hoch Mama Das... ist... doch... Wulfig Mama Ehhhhhhh Mönchen... 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 Die Stürfen... Mönchen... ich hab mich ja wer uns jetzt erwartet ganz ohne scheiß wenn sie Roy der die siegfreak und Roy diese Weddinger also I don't think so ganz genau ja genau ganz genau schluppel ich bin hier der King Motherfucker hey Roy ist er wirklich schwul scheiß die Wadda bist du schwul oder was du behinderter Drecks du bist ein kleiner Lumpen wenn der Zehner der Zeit von Bonbon nur erreicht heißt das Game Over bei der die Kampfe vor so weit kommt WTF die soll ich daten machen diese Schaden mach ich gar nicht gut ist nicht gespeichert ab kann man die Bombe auch angreifen ne nur den Roy nur den schwulen kleinen Roy das war klar das war auch klar das war auch klar alles da der kann der macht das und das alter Vater ey ist der schnell Schwuchtel der muss ich in so viel Zügen fertig machen wie geht das denn da muss ich richtig die PS raushauen für das geht ja gar nicht klar ey das ist ja auch gar nicht overpowered das ist das alter Vater ey komm ich muss die ganze verkackte Runde fürs Fein was denn ich bin doch gesprungen ey deine Mutter oh woll du schwuler Bastard ja genau scheiß die Wand an ich werd sterben na egal mach ich das nochmal das ist ja nicht so wild was denn hey ohne Spaß ja natürlich ja ich weiß dass es spät ist ich weiß scheiß auf ja ohne Spaß ist das schlimmste was er machen kann weil er ist verkackt schnell einfach nur da kann man nicht ausweichen beim ersten mal geht gar nicht nur ich bin tot drei Runde schaffe ich niemals alter oh Roy du bist scheiße hahaha oldsした ich sterb hier noch groß könig aja hahaha und dann fehlt einfach mal dem fertilizer kennt er ist auch vertreidigung Ja! Fünf! Nice! Luigi! Level 32! Ciao! Ich freu mich! Zwei Angriff auf! Komm, Angriff! Komm, komm! Schade! Ein zweiter Hunderter wär bestimmt geil gewesen! Jawoll! Jetzt heilen wir uns erstmal, oder? Nee, wir sind geheilt! Alles klar! Danke, Mama! Auf geht's aus! So, eins machen wir auf jeden Fall noch! Hohoho! Was? Bam! Mama! Ähm... Ohne Spaß! Äh... Ach so! Die items lasse ich mir nicht nehmen! Die machen wir jetzt noch! Ey, ohne Spaß! Die items soll ich auch! Können wir ein bisschen schleunigen? So! Ich frage mich, wie ich da rankomme! Kurz mal speichern! Ach, mit dem Springer! Alles klar, Mama! So, dann machen wir das noch ein letztes Mal! So, jetzt gehen wir runter! Mach das kaputt! Tausch noch mal! Und wir sehen uns in diesem Fall von Super... äh... Star Saga! Mario und Luigi! Ich hoffe es euch gefallen! Und bis dann! Ciao! Tschüss! Tschüss! Tschüss!